Wir haben das Fenster offen gelassen. Ich hoffe, dass uns da kein Mülleimer in die Müllabfuhrer in die Quere kommt. Es regnet auf jeden Fall. Es plätschert leise vor sich hin. Ja, okay. Wisst ihr, was nicht leise ist? Ein Schrei-Baby! Das ist sehr laut, phasenweise. Ich glaube, das ist die Definition von Schrei-Baby. Ein sehr, sehr lautes Baby. Und darüber wollten wir heute sprechen. Ja. Über laute Babys. Über laute Babys, die viel schreien. Und einen in den Wahnsinn träumen. Vielleicht ein bisschen. Doch, ein Schrei-Baby treibt einen schon in den Wahnsinn. Man muss das einfach schon sagen. Genau. Eigentlich sagt man ja auch mittlerweile High-Need-Baby. Ich glaube, Schrei-Baby ist, glaube ich, veraltet. Man sagt High-Need-Baby. Warum? Weil es High-Needs hat. Hohe Needs. Weil es anspruchsvoll ist. Also, nach Entwicklungsforscher Jerome Kagan kann man die Charaktereigenschaften von Menschen in drei Gruppen einteilen. Er hat da große Säuglingsstudien zu gemacht und die Säuglinge dann bis ins Erwachsenenalter begleitet und konnte feststellen, dass es drei Gruppen an Menschen gibt. Nämlich die High-Reactives, die Low-Reactives und die, die dazwischen sind. Circa 40 Prozent aller Menschen sind Low-Reactives. Das heißt, sie reagieren nicht stark auf Reize, sind schnell in der Reizverarbeitung und sind somit als Babys stark selbstregulierend. Das sind die Babys, die alleine einschlafen, die sich nie beschweren, die immer alleine spielen, die nie auf den Arm wollen, weil die sind auch im Kinderwagen zufrieden und so weiter. 40 Prozent aller Babys, das ist gar nicht wenig. Aber nie, nie auf den Arm wollen, das glaube ich nicht. Das ist doch erst ein Übertreibung. Ja, das ist immer noch ein Baby. Nein, die im Kinderwagen zum Beispiel halt immer zufrieden sind und die alleine einschlafen und sowas. Ja, okay. Und die halt meistens auch zufrieden sind. Die sind einfach zufrieden. Und nicht so ein Kind, was man so andauernd auf dem Arm haben muss. Jetzt lass mich mal weitererzählen. Dann gibt es die dazwischen, die schon reizoffener sind. Das sind auch 40 Prozent. Die sind reizoffener. Die brauchen schon auch Korregulation. Das heißt, die müssen auf den Arm genommen werden. Die brauchen Einschlafhilfe. Aber grundsätzlich kommen die auch schnell runter. Wenn die reizüberflutet waren, dann reicht das, wenn man die einmal in den Arm nimmt, ein bisschen kuschelt und am nächsten Tag ist das Thema wieder durch. Und dann gibt es noch die High Reactives. Das sind 20 Prozent aller Menschen, die sehr stark auf Reize regulieren, sehr lange brauchen, um Reize zu verarbeiten und sehr starke Korregulationen brauchen. Das wären so die High-Need-Fraktionen, diese 20 Prozent. Genau, das sind die High-Need-Babys. Und diese Babys schreien so viel, weil die so viel zu verarbeiten haben. Um es mal ganz zu verdeutlichen, wir hatten eine Bekanntschaft aus dem Gym, aber die fällt mir da gerade ein, mit einem Kind, was sich quasi nicht korregulieren kann und dann dauernd auf den Arm musste. Und dieses Kind von ihr, das musste so dauerhaft auf den Arm, dass sie irgendwann Probleme mit ihrem Arm bekommen hat, weil sie wirklich dauerhaft dieses Kind tragen musste. Und als Rechtshänderin… Redest du über mich oder über wen? Nee, nicht auf dich. Ich rede nicht über dich. Also bei uns war es ähnlich, aber bei ihr, sie hatte glaube ich dann irgendwie eine Entzündung in der Armsehne, weil sie halt alles, das Kind immer mit dem linken Arm tragen musste, damit sie mit dem rechten Arm irgendwas machen kann. So, weil dieses Kind einfach dauerhaft auf dem Arm sein musste. Also das ist so Level High-Need. Also man kann es natürlich auch besser lösen, indem man das Kind einfach in eine Babytrage nimmt, aber natürlich könnt ihr es auch die ganze Zeit auf dem Arm halten, wenn es so ist. Aber manche Kinder mögen es glaube ich nicht so in der Trage. Ja, das ist nicht die richtige Trage. Vielleicht. Anderes Thema. Das ist nochmal ein großes Thema. Ein Kind richtig tragen. Doch, aber ich möchte das kurz droppen. Also wenn euer Kind sich in der Trage unwohl fühlt, ist es entweder die Trage nicht richtig eingestellt oder euer Kind sollte ganz dringend zum Osteopathen, weil irgendwo eine Blockade ist. Generell kann ich immer ein Tragetuch empfehlen, weil sich das perfekt an den Rücken des Kindes, an den Körperbau des Kindes und an den Körperbau des Elternteils anpasst. Und da habt ihr in der Regel keine Probleme. Aber das ist ein anderes Thema. Wobei, wenn man ein Schrei-Baby oder ein High-Need-Baby hat, ist eine Babytrage eigentlich unerlässlich. Weil diese Kinder super viel Co-Regulation brauchen, um überhaupt aufzuhören zu schreien. Es ist quasi ein Kind, was dauerhaft am Körper getragen werden möchte in vielen Fällen. Das reagiert quasi, als würde, also wenn ihr einen Kinderwagen habt, das Kind tut so, als ob in dem Kinderwagen Stacheln wären, die es quasi körperlich schädigen, sobald man das Kind hinlegt. Überall sind Stacheln, alles ist Lava außer Mama oder vielleicht auch noch Papas Körper. Woran erkennt man, ob man ein Schrei-Baby hat oder nicht? Ja, am Schreien. Also generell würde ich sagen, ob man ein Schrei-Baby hat oder nicht, es hängt auch viel mit individuellem Empfinden zusammen. Weil ich habe zum Beispiel unser erstes Kind, hat auch viel geschrien. Ich hätte es aber nicht als Schrei-Baby klassifiziert. Laut Google ist ein Schrei-Baby ein Baby, was an mindestens drei Tagen die Woche mindestens 30 Minuten, mindestens, warte mal. Als Schrei-Baby gilt ein Säugling, der täglich mehr als drei Stunden an mindestens drei Tagen die Woche über mehr als drei Wochen aus unerklärlichen Gründen schreit und sich kaum beruhigen lässt. Also, an drei Tagen die Woche schreit euer Kind mehr als drei Stunden, muss nicht am Stück sein, aber insgesamt. Und das Ganze nicht nur über eine kurze Phase, also nicht mal nur drei Tage lang, sondern über einen längeren Zeitraum von mindestens drei Wochen hinweg. Und unser erstes Baby war auf jeden Fall auch ein Schrei-Baby nach dieser Definition, aber es hat sich für mich tatsächlich nicht so sehr so angefühlt. War auch das erste Kind irgendwie ohne Vergleich. Auch allein schon. Dachte ich auch, das wäre normal. Genau, das erste Kind ohne Vergleich. Und auch weil, irgendwie fand ich es da nicht so, ich fand es da einfach noch nicht so schlimm. Wir hatten noch die Kapazitäten. Ja, ich glaube auch. Und irgendwie, irgendwie war das auch alles, also ich meine, das Wochenbett. Also, mir ging es schon schlecht. Ich habe viel geweint. Ich habe viel, ich war viel verzweifelt. Ich weiß noch einmal, da war ich, saß ich auf der Couch morgens. Das Baby hatte seit wirklich, also es war elf Uhr und du warst seit um sieben aus dem Haus. Also, seitdem hatte das Kind geschrien, also viele Stunden. Und ich habe geweint, weil ich wollte unbedingt mit unserem Hund rausgehen, weil es war schon um elf. Aber ich wusste nicht wie, da hatten wir noch keine Babytrage. Da war er gerade eine Woche alt, glaube ich. Und genau, ich wusste, im Kinderwagen schreit er. Es war auch im Winter. Und deshalb habe ich geweint. Das weiß ich noch. Aber so an sich, sobald wir die Babytrage hatten, war es eh besser. Klebte das Kind halt 24-7 an uns. Und zweites Kind, da war aber auch schlimmer. Die hat halt sechs Stunden am Tag geschrien. Das war heftig, ja. Also, was man machen kann generell, zum Osteopathen gehen, weil es kann auch einfach irgendeine Blockade sein. Das haben wir mit ihr gemacht. Sie war zweimal beim Osteopathen. Das hat nicht geholfen. Bei manchen Babys hilft es. Also, es hat schon irgendwas geholfen, weil sie war tatsächlich irgendwie ein bisschen verspannt. Sie war kum. Danach war sie gerade. Aber das war auch so lustig, um da nochmal kurz drauf einzugehen. Der Osteopath, der hat da so ein bisschen an ihr rumgedrückt. Und dann war sie einmal so, wenn man sie hochgenommen hat, war sie butterweich. Und die ist einfach dann weggepennt für ein paar Stunden. Also, das hat sie auch so mitgenommen. Also, in Anführungsstrichen, das war jetzt nicht schlimm für sie. Aber danach hat sie einfach geschlafen, geschlafen, geschlafen. Aber sie war halt auch nur ein paar Tage, Alter. Aber es war lustig, weil er war so, ja, war eine schnelle Geburt oder so und so. Blablabla. Hat so quasi den ganzen Geburtsverlauf so, ja, genau so. An den Muskeln abgetastet. In der und der Lage lag sie, ja. Aber sie ist immer noch ein bisschen schief, ne? Musst du mal darauf achten? Ja, ich bin auch schief und krumm. Naja, auf jeden Fall. Boah, draußen ist ja übelst dunkel. Ich glaube, es gewittert später. Egal, anderes Thema. ADHS lässt los. Das ist so richtig ADHS-mäßig. Aber deshalb ist unser Podcast natürlich so unterhaltsam, weil wir uns einfach gar nicht auf was konzentrieren können. Also, ich wollte nur nochmal sagen, ob jetzt euer Kind in die Definition passt oder nicht. Selbst wenn es 30 Minuten am Tag am Stück schreit und ihr aber absolut verzweifelt. Na, ich glaube aber schon, bei 30 Minuten ist man wahrscheinlich nicht absolut verzweifelt. Aber ich glaube, also ihr müsst euch jetzt da nicht so eng an den Definitionen aufhängen. Wenn euer Baby viel schreit und es euch belastet, dann ist es eine belastende Situation für euch. Punkt. Das ist egal, ob es jetzt nicht diese Definition ist. Ein Baby ist auch belastend, auch wenn es nicht drei Stunden schreit. Ja. Mal so gesagt. Wobei ich mir das eigentlich ganz nett vorstelle. Ich weiß es nicht. Ich kann mich da schlecht reinversetzen. Aber wir haben ja alle auch irgendwie unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Umstände. Und ich möchte nochmal sagen, man darf auch verzweifeln, auch wenn das Baby nicht in die Definition passt. Ja, aber wenn euch das Schreien verzweifelt und es sind aber nur zwei Stunden 45 oder so. Also wisst ihr, was ich meine? Reicht nicht für das Label Schreibaby. Es geht einfach darum, wenn euer Kind sehr reizoffen ist und sehr viel Körperkontakt braucht, sehr viel Korregulation und eben in Schreiphasen sehr viel das Erlebte verarbeitet, dann habt ihr sehr wahrscheinlich ein High-Need-Baby. Wenn man jetzt von der Definition Schreibaby quasi wegkommt. Ein High-Need-Baby ist einfach ein Baby, was sich sehr, sehr, sehr schwer selbst regulieren kann und was wahrscheinlich auch bis an sein Leben, oder sehr sicher, Jerome Kagan hat das auch so gesagt, dass diese Charaktereigenschaften, die bleiben. Das heißt, euer Baby, ich möchte euch jetzt hier nicht den Mut nehmen, aber euer Schreibaby wird sehr, wahrscheinlich auch eine sehr intensive Autonomiephase haben, eine sehr intensive Wackelzahnpubertät und eine sehr intensive Pubertät, weil es einfach ein Kind ist, was Gefühle intensiv wahrnimmt und was Reize eben einfach schlechter verarbeitet, wie zum Beispiel Menschen mit ADHS und Autismus. Ich meine, wir beide haben ADHS, ich habe eine Verdachtsdiagnose Autismus. Es ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass unsere Kinder Reize schwerer verarbeiten. Es könnte schon sein, dass unsere Kinder auch in diese Kategorie fallen. Nein, das würde ich gar nicht sagen, sondern ich meine nur, ihr könnt ja auch auf euch gucken. Geht ihr gerne stundenlang feiern und am nächsten Tag fühlt ihr euch so frisch wie noch nie? Oder habt ihr dann ein paar Tage mit den Reizen zu knabbern? Ja, aber ich gehöre irgendwie beiden an, würde ich sagen. Nein. Danke. Ja, aber genau, das Wichtige ist, glaube ich, zu wissen, mit eurem Baby ist erstmal alles okay. Natürlich könnt ihr zum Osteopathen gehen, aber das hat nicht immer irgendeine medizinische Ursache. Das finde ich auch immer so. Warum wird immer nach einer Ursache gesucht? Also natürlich ist es okay, wenn ihr nach einer Ursache sucht, aber Schreien ist ja auch erstmal ein Kommunikationsmittel für Kinder. Die können ja anders, oder für Babys, die können ja anders nicht kommunizieren. Und nicht, nur weil euer Baby mal eine intensivere Schreiphase hat, heißt das nicht, dass es jetzt Bauchschmerzen, das ist ja auch so ein Mythos mit den Bauchschmerzen. Ja, da kannst du gerne auch nochmal drauf eingehen, das finde ich halt auch ganz spannend. Das habe ich schon wieder ganz verdrängt. Weil immer alle sagen, oh, mein Kind hat Koliken, oder was weiß ich, es schreit ganz schlimm. Also wenn euer Kind Koliken hat, dann pupst es. Also, das merkt ihr auch. Also, ihr könnt zum Beispiel die Schreiphasen von euren Hainnietbabys nicht verändern, indem ihr aufhört, Boden zu essen oder so. Das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ein Baby, was schreit, weil es Koliken hat, das zieht die Beine zum Bauch, hat ein schmerzverzerrtes Gesicht, der Kopf läuft vielleicht auch so ein bisschen rot an, das verkrampft, und das hat Verstopfungen. Und am Ende der Schreiphase würde es ganz viel pupsen, weil das ja bedeutet, dass die Blähungen vorbei sind. Das wäre jetzt ein Baby mit Koliken. Und das sollte man natürlich medizinisch abklären. Aber die meisten Babys, Hainnietbabys, die schreien in den Abendphasen vorm Schlafen. Und da können die auch manchmal drei Stunden schreien. Und das ist einfach nur verarbeiten vom Tag. Die erzählen euch, wie es ihnen geht. Und ich muss sagen, Und können halt eben nur schreien. Die können eben nur schreien, was wirklich, wirklich, wirklich hilft in so einer Situation, weil man sich selber auch so hilflos fühlt als Mutter, weil es hört ja nicht auf. Oder als Vater. Ich habe angefangen, wie beim großen Kind, die Gefühle von unserem Säugling zu begleiten und zu sagen, Hey, ja, du hattest einen schweren Tag. Oder was erzählst du mir denn da? Einfach so ein bisschen so zuzuhören. Das war witzig, weil die Schreiphasen wurden anders. Es war nicht mehr, sondern es war und dann hat es gewartet, bis ich wieder was sage. Und dann, wenn ich fertig war mit sagen, war es wieder und es hat es tatsächlich auch ein bisschen verkürzt. Das kann ich mir halt auch so vorstellen, weil irgendwie die Kinder, die wollen ja mit dem Schreien irgendwas sagen. Und wenn du überhaupt das Gefühl gibst, dass du jetzt auf das Kind eingehst, dass du dem zuhörst und irgendwie mit dem sprichst, dann haben die ja zumindest, ob die was verstehen oder nicht, aber die sehen, Mama oder Papa ist da, Mama oder Papa guckt lieb, Mama oder Papa sagt was in einem lieben Ton und das ist an sich schon beruhigend. Also das ist halt auch ein Tipp, der ganz gut helfen kann. Und was halt einfach unschlagbar ist, ist halt wirklich die Trage, weil Kinder sind einfach Traglinge und Kinder bekommen halt, also Säuglinge bekommen halt unter Umständen Angst, wenn die alleine sind, weil natürlich so evolutionär gesehen ein Säugling, der irgendwo liegen gelassen wird, stirbt. Ja und ganz grundsätzlich ist es halt auch so, dass, also wenn ein, also wenn du jetzt als Vater dein Baby trägst, dann synchronisiert sich der Herzschlag, die Körperwärme synchronisiert sich, das heißt auch zum Beispiel, wenn euer Baby Fieber hat, müsst ihr nicht unbedingt gleich Fieber senkende Mittel geben, ihr könnt das Kind auch einfach in die Trage nehmen, weil die Körperwärme synchronisiert sich, dann euer Kind wird dadurch wieder eine normale Körperwärme bekommen. Ja klar. Halt solche Sachen. Könnt ihr rein physikalisch, nehmt ihr die Wärme von dem Kind auf und transportiert ihr dann mit eurem Körper ab. Genau und das Baby, was kontinuierlich Körpernähe hat, schüttet Oxytocin aus, was das Stresshormon Cortisol hemmt, also rein hormonell gesehen, wenn ihr ein High-Need-Baby habt, tragt das so viel ihr könnt am Körper, holt euch ein Tragetuch und bei einem Tragetuch, wenn ihr das, lasst euch, macht eine Trageberatung, da könnt ihr ab Tag 0 von Geburt an auch auf dem Rücken tragen, weil ich weiß, wie ätzend das manchmal ist, wenn man 24-7 ein Baby vor sich, vor der Nase kleben hat, man kann sich nicht richtig bewegen, aber wenn es auf dem Rücken ist, könnt ihr alles machen. Ja, das ist sowieso der absolute Top-Tipp. Und abhalten. Wenn ihr ein High-Need-Baby habt, haltet das ab. Ich weiß, dass es bei manchen Babys nicht funktioniert, warum auch immer. Kannst ja probieren. Aber probiert es, gerade wenn ihr das viel in der Trage habt, sobald euer Baby in der Trage unruhig wird, haltet das ab, weil High-Need-Babys sind ja super, super sensibel, was so äußerliche Reiz und Reizveränderungen angeht und die meisten High-Need-Babys werden nicht in die Windel machen wollen, weil das halt auch nicht dem entspricht, was wie Babys halt ... Ja, weil die halt auch nochmal extra sensibel auf dieses Unangenehme, diese Feuchtigkeit und so reagieren. Genau. Und deshalb, das wird halt auch noch helfen, stillen hilft immer. Das heißt, wenn ihr irgendwie ... Also ich habe mir beigebracht, im Tragetuch zu stillen. Ich habe super, super, super viel, mehr oder weniger, den ganzen Tag im Tragetuch gestillt. Und ja, Noise-Canceling-Kopfhörer in den schlimmsten Phasen, damit ihr nicht so reizüberflutet seid, weil wie gesagt ... Weil ich muss es auch gut gehen. Genau, meistens sind halt auch die Eltern, die reizoffener sind, ob sie sich jetzt hochsensibel nennen oder ob sie halt eine Diagnose haben oder gar nichts von beiden und einfach nur generell reizoffen sind. Die, die halt auch reizoffene Kinder haben und wenn ihr dazu neigt, reizoffen zu sein, dann ist es natürlich das Schlimmste. Was passieren kann, ist, dass ihr auch noch zusätzlich reizüberflutet seid zu eurem Baby. Ja, also ich möchte gerne nochmal auf Tragetuch eingehen. Das ist nämlich wirklich, das ist einfach ein sehr, sehr guter Tipp. und ich sehe auf der Straße, das ist so krass, man sollte ja eigentlich meinen, das ist relativ, also gerade auch mit Tragen, auch wenn es kein Tragetuch ist, ich würde auf jeden Fall zum Tragetuch raten, weil der Rücken von dem Kind ... Traut euch das auch zu? Ja, also das, wir haben erst eine Trage genommen, weil wir fanden, oh Tragetuch binden, das ist so umständlich und oh, können wir das? Also man lernt das wirklich schnell, man bekommt da schnell Routine rein und man kann sich das echt beibringen. Und man sieht schon, bei dem Tragetuch war der Rücken von unserem Kind immer richtig schön rund, hängt so wie in so einem Säckchen drin, so richtig das, also wenn ... Auch sobald man sie eingebunden hat, sie ist instant eingeschlafen, gerade als Säugling. Also ... Und ihr seht schon, ihr seht schon an der Körperhaltung, sieht das richtig gemütlich und kuschelig aus oder ist das Kind da so reingezwängt? Das muss richtig cozy aussehen für das Kind. Der Rücken muss rund sein, das muss sich so richtig einkuscheln können und ich finde es so krass, Jetzt will ich wieder ein Baby haben. Selbst mit Tragen, also selbst mit den Tragen, wo man ja jetzt nicht so viel machen muss, ich sehe ja Leute auf der Straße und ich sehe wirklich 95% der Leute tragen ihr Kind falsch. Das ist so krass, eigentlich muss man gar nicht so viel beachten, aber wenn die Trage bei euch auf der Hüfte liegt und das Kind so unter Brusthöhe hängt, dann ist das falsch. Ey, euer Kind muss quasi, der Kopf von eurem Kind muss unter eurem Kind mehr oder weniger aufhören. Über der Brust sollte das hängen. Und ich sehe das vor allem bei Männern. Ich glaube, was auch viele nicht wissen, wenn ihr eine Trage habt, dann kann es sein, dass die Trage für die Frau, für den Körperbau der Frau, perfekt ist die wahrscheinlich auch. Leider ist ja in unserer heteronormativen Gesellschaft immer noch so, sodass meistens dann die Frauen die Trage aussuchen. Und für den Körperbau der Frau ist diese Trage anscheinend wahrscheinlich perfekt, aber sobald der Mann die anzieht... Kann ja auch mehr auf der Hüfte sitzen wahrscheinlich. Für den Mann passt es nicht. Der ist zwei Köpfe größer, die Trage passt nicht. Ich sehe es eigentlich hauptsächlich bei Männern, die tragen, dass der Kopf vom Kind ist mehr oder weniger auf Bauchnabelhöhe. Ja. Und die stehen dann manchmal in der Schlange und recken sich und strecken sich und massieren ihren Rücken und keine Ahnung. Das ist doch furchtbar unbequem. Ja, dein Rücken tut weh, weil deine Trage ist komplett falsch eingestellt. Deshalb so ein Tragetuch ist halt auch, wenn ihr euch ein Tragetuch holt, das passt für jeden Rücken. Das heißt, ihr müsst euch nicht zwei Tragen holen. Wenn ihr euch eine Trage holt, solltet ihr überlegen, ob ihr euch eine zweite mit dazu holt oder so eine Tragetuch-Kombi. Dann kann man das wenigstens eben noch individuell anpassen. Aber um das nochmal zu sagen, ich meine, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs Baby-Trage gemacht, wirklich das absolute Must-Have bei einem High-Need-Baby, weil die eben so viel Korregulation einfach brauchen. Und sonst habt ihr dann wirklich eine sehnscheidende Entzündung auf dem Arm, wenn ihr euer Baby ständig tragen müsst. Ja, das ist heftig. Also ich habe auch so oft mein Kind irgendwie auf einem Arm getragen und irgendwas gemacht. Ich bin dadurch auch tatsächlich vom Kindertragen so leicht schief geworden, habe ich mal gemerkt, dass meine Hüfte ein bisschen nach links rausgeht, wo ich mein Kind halt so ein bisschen draufsetze. Ja, auf jeden Fall Trage ist sehr empfehlenswert. Und wir hatten auch dann unsere Tochter auch konsequent im Tragetuch ständig überall hin. Ihr müsst euch da auch keine Sorgen machen. Also es ist nicht so, dass die Kinder dann irgendwie zu wenig Muskeln aufbauen oder so. Im Gegenteil, tatsächlich sind Babys ja auch Traglinge und wenn ihr die am Körper tragt, gleichen die immer die Bewegungen mit aus. Ja, genau. Und dadurch bauen sich die Muskeln tatsächlich sogar besser auf zum Teil, als wenn die immer platt liegen würden. Außerdem die ganzen Kinderwagenbabys, die haben alle einen platten Hinterkopf und wenn ihr Pech habt, dann bildet ihr sich nicht wieder zurück. Also so einen platten Kopf, weil die immer nur auf dem Rücken liegen, ist jetzt auch nicht, also es kommt tatsächlich daher. Ja, krass. Und was ich auch noch sagen wollte, wenn euer Baby dann den ganzen Tag in der Trage schläft, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass es nachts nicht schläft. Weil das kann... Das ist ein Baby. Erstens ist ein Baby genug und zweitens kann es unterscheiden zwischen Tag und Nacht. Zwischen ich werde gerade getragen und ich liege in der Nacht da und alle schlafen. Der Schlaf am Tag ist auch nicht so tief und wenn ihr ein High-Need-Baby habt, das ist super, wenn das so viel wie möglich schläft, weil im Schlaf werden die ganzen Reize verarbeitet und das ist auch ein sehr guter Schritt zum selbstbestimmten Schlafen beziehungsweise zum eben, ja, bedürfnisorientierten Schlafen würde ich fast sagen, weil die eben sich den Schlaf dann holen, wann sie ihn brauchen. Ja, sehr spannend. Ich finde auch, also ich habe auch echt wilde Nachrichten bekommen. Ich kann mich auch daran erinnern, da war mal eine, die hat irgendwie gefragt, ich weiß nicht mal, ob ich die Frage bekommen habe, aber ich kann mich an eine Nachricht erinnern, da hat eine gefragt, ja, mein Kind ist jetzt so und so viele Wochen alt und es will nicht im Kinderwagen sein, aber ich muss das Kind jetzt an den Kinderwagen gewöhnen, weil ich möchte ja nicht, dass es immer an mir hängt oder so, keine Ahnung, was da die Befürchtung war. Ja, da habe ich auch meine Unterhaltung miteinander geführt. So, dass man Kinder ja daran gewöhnen muss, schon mit irgendwie sechs Wochen, dass es ja in den Kinderwagen gehört und im eigenen Bett schläft und was weiß ich, so, da denke ich mir, okay, man kann sich das Leben wirklich sehr, sehr schwer machen und dagegen ankämpfen, gegen so diese Urinstinkte und Grundbedürfnisse von dem Kind, so Sicherheit, Liebe, was auch immer, ja, das braucht ein Säugling halt. Klar kann man da die ganze Zeit gegen ankämpfen, das tut aber einfach niemandem gut und das ist auch einfach nicht sinnvoll. Und was will man denn, also, das ist halt auch, das wird auch oft gefragt, so mit Babys, ja, die so unter ein Jahr alt sind, wollen viele schon anfangen mit Erziehung irgendwie, anfangen das Kind zu erziehen, dass es dieses und jenes Verhalten unterlässt, dass es dieses und jenes Verhalten gefördert wird, dass es sich auch gut verhält mit den Mitbabys und so und da haben Leute so eine Vorstellung, ja, ich muss jetzt ab Tag null irgendwie anfangen mit der Erziehung, sonst ist das Kind verzogen oder so. Ihr müsst überhaupt nicht erziehen eigentlich. Aber schon gar nicht ein Säugling. also wirklich generell, gerade wenn ihr, es gibt ja diese regulationsstarken Babys, die halt auch wirklich das nicht brauchen, die braucht man auch nicht an den Kinderwagen gewöhnen, die mögen den einfach und es gibt auch Babys, die wirklich auch wenig Körperkontakt generell wollen und die besser schlafen, wenn sie zum Beispiel alleine sind. Und das kann sich auch mit der Zeit ändern. Unsere Tochter war, wie gesagt, halt so ein High-Need-Baby, viel Körperkontakt und so weiter. Mittlerweile schläft sie auch besser ein, wenn sie alleine ist, zumindest an vielen Tagen. Das kann sich alles wandeln und das kommt alles von selbst. Da kann man auch nichts forcieren. Das ist so, wenn du an einer Pflanze ziehst, wächst sie auch nicht schneller. Die geht höchstens kaputt. Und ungefähr so ist es auch. Und du kannst natürlich versuchen, die Blüte mit einem Brecheisen zu öffnen, aber bringt halt nichts. Du machst halt nur was kaputt. Genau. Also ihr könnt halt wirklich mehr und mehr Schaden anrichten, wenn ihr da erzählt. Bei einem High-Need-Baby ist halt zu wissen so, das ist okay. Das Baby verarbeitet Reize einfach ein bisschen anders als vielleicht andere Babys. Und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Aber das stellt ja auch gut die Weichen für später, wenn ihr da dann schon viel liebevoll drauf eingeht. Ich glaube, das hängt auch mit dem Vargusnerv zusammen. Also der ist ja, das ist jetzt Halbwissen, weil da müsste ich jetzt nochmal das Buch rausholen. Aber an sich ist es eben so, dass je öfter ihr euer Kind reguliert, also korreguliert, desto eher entwickelt es die Fähigkeit, sich auch selbst zu regulieren, weil es diese Mechanismen eben mit euch gemeinsam durchgeht und irgendwann kann es die auch von alleine ansteuern. Und deshalb ist es halt komplett sinnlos, ein Baby schreien zu lassen, weil das Baby lernt nicht, sich zu regulieren. Es lernt nur aufzuhören, zu schreien. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das ist halt, das eine hat was mit Resignation zu tun, aber auch mit Unterdrückung der Symptome mehr oder weniger, nämlich des Schreins. Und das andere hat halt was damit zu tun, dass man sich tatsächlich beruhigt. Das ist halt einfach was ganz anderes. Ihr könnt auch, also... Stress unterdrücken, statt Stress regulieren können. Genau, der Stresspegel bleibt gleich. Also wenn das Baby schreit und es wird reguliert, dann ist der Stresspegel unten. Wenn das Baby schreit und es wird schreien gelassen und es resigniert, dann ist der Stresspegel gleichbleibend hoch. Und wir erinnern uns an Oxytocin, dass es ja den Stress verringert durch Körperkontakt. Ja, und also von einem chronisch erhöhten Stresspegel, da bekommt man Angststörungen, bekommt man Depressionen, bekommt man... Und das sind ja sowieso schon Dinge. Angststörungen und Depressionen sind ja sowieso schon Risikokrankheiten für Menschen, die reizoffen sind, weil ja reizoffene Menschen Reize eben intensiver wahrnehmen und dadurch sind ja auch normale alltägliche Situationen gleich viel bedrohlicher. Ja, ich kann mir auch so richtig gut vorstellen, dass so gerade frische Eltern, zum größten Teil wahrscheinlich Mütter, die dann irgendwie jetzt ihr Säugling haben, seit ein paar Wochen, ein paar Monaten und irgendwie total fertig sind und sich fragen, was stimmt mit meinem Kind nicht und das halt einfach nicht wissen, wie es ist, was überhaupt ein High-Need-Baby ist. Ich glaube, das ist erstmal total wichtig zu wissen, okay, mein Kind ist eventuell ein High-Need-Baby und das ist normal, das ist in Ordnung so, das ist, wie es ist. Es ist nicht, weil ich was falsch mache, weil ich das Kind jetzt nicht erzogen habe mit drei Tagen oder es ist nicht so, dass mit meinem Kind was nicht stimmt. Das Kind ist so, das Kind hat diese und jene Bedürfnisse oder es funktioniert so und ich kann was tun. Ich glaube, das ist schon sehr erleichternd überhaupt zu wissen. Ich kann was tun, ich kann nichts tun, meinst du? Naja, ich kann das Kind halt regulieren und liebevoll sein, so meine ich jetzt. Aber ich kann das Kind nicht ändern. Ihr müsst euch nicht mit anderen vergleichen. Also wenn ihr ein High-Need-Baby habt, ist eure Lebensrealität anders als die von einem regulationsstarken Kind. Das ist ja auch immer so. Das war auch krass beim Baby-Rückbildungskurs mit unserem ersten Kind. Durchgehend hat er geschrien. Immer wenn wir vor Ort waren, er hat durchgehend geschrien, ich musste ihn durchgehend schillen. Die anderen Mütter, bei denen ging es, also eins war auch mal, wir waren nur zu dritt wegen Corona, das eine war auch mal so quengelig und wieder, die musste auch ein, zwei Mal stillen. Bei der anderen, die hat ihr Baby auf den Boden gelegt und es ist weggepennt, auf den Boden. Einfach so. Jedes Mal. Eine absolute Kuriosität für uns. Ja, das war schon krass. Und da sieht man aber diese Kontraste so zwischen High-Need, braucht die ganze Zeit Körperkontakt, kann nicht abgelegt werden, fühlt sich damit vielleicht zwei Minuten wohl und dann ist wieder die Welt unter. Regulation, dieses Mischding zwischen, ja, ich gucke mal und dann komme ich auch wieder zurück zu Mama und dann gucke ich nochmal und mir ist eigentlich alles egal, ich pann auf den Boden ein. Ja. Einmal alle drei Varianten da gewesen. Aber ich finde das halt auch so krass, in unserer Gesellschaft wird immer so getan, als wären alle Kinder gleich und alles würde an den Eltern liegen so. Und dann wird halt so gejudged, irgendwie, das Kind kriegt einen Wutanfall im Bus, ach ja, so schlechte Eltern, die haben das Kind bestimmt nicht, bestimmt nicht ab Tag null erzogen oder so. Oder das wird halt immer, es wird immer so schnell gejudged und ja, vielleicht hat die andere Person ein Kind, das einfach anders ist als dein Kind oder so. Hört einfach auf zu judgen. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ihr kennt die Kinder nicht, ihr kennt die Umstände nicht und es wird immer so versucht aufgrund von einem kleinen Ausschnitt, so einem Minuten Ausschnitt aus dem Leben von anderen Leuten. Ja, aber die Mutter hat ja in dem Moment dann nichts gemacht, wo ich mir so denke, ja, wenn das ein Schrei-Baby ist und das die sechste Stunde Schreien für dieses Baby ist, dann hat die Mutter vielleicht fünf Stunden vorher schon die ganze Zeit was gemacht und jetzt gerade ist sie einfach im Zombie-Modus und hält irgendwie durch, ohne aus dem Bus zu springen und sich überfahren zu lassen. Also das ist halt immer so, ich verstehe halt auch generell nicht, aber das hat, glaube ich, was, es wird immer so getan, ja, sei individuell, das ist hip und cool, aber bei Kindern ist es halt nicht erwünscht und eigentlich ist es auch nur im Rahmen erwünscht, weil wenn du halt wirklich anders bist, dann bist du halt auch wieder weird und generell ist es, glaube ich, so ein Ding von Menschen bewerten in unserer kapitalistischen Gesellschaft und sowas. Also glaube ich schon, dass es damit auch zusammenhängt. Ja, es ist immer dieses Bewerten und gerade so bei Kindererziehung macht dieses Bewerten einfach überhaupt keinen Sinn, weil jeder Mensch ist anders, alle Umstände sind anders so, ihr könnt, wenn ihr nicht alles wisst und niemand weiß alles von anderen, kann man das nicht bewerten. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr dreht komplett durch und ihr wollt euer Baby schütteln, das ist ja das größte Ding, so wenn Babys viel schreien, dass irgendwann die Eltern anfangen, die zu schütteln oder so und dann bricht das Genick, so das sind ja auch überall im Krankenhaus irgendwie Flyer. Das passiert viel auf diesen Flyern steht, leg dein Kind irgendwo hin, wo es sicher ist, zum Beispiel ins Gitterbettchen oder auf dem Boden einfach und verlasse den Raum. Wir hatten eine sehr kleine Wohnung, bei uns hat das nicht geholfen, den Raum zu verlassen, aber ich habe mir eben ein neues Canceling-Kopfhörer geholt, habe das Kind auf dem Rücken getragen, habe einfach den Fuß so ein bisschen in die Hand genommen und gestreichelt und dabei halt ganz laut irgendwas angehört, damit ich dieses Schreien nicht mehr so sehr hören muss. Weil also wirklich nach einer gewissen Stundenanzahl an Schreien dreht man sonst durch, weil du fühlst dich hilflos. Es ist eine unglaubliche Geräuschkulisse. Du möchtest deinem Kind ja auch helfen. Es ist ja auch so ein Gefühl von persönlichen Versagen, obwohl ich es besser wusste, es ist trotzdem ein Gefühl von ich mache irgendwas falsch, weil mein Baby schreit ununterbrochen. Ihr macht nichts falsch. Es ist alles gut. Ja, aber es ist einfach so ultra wichtig, auf sich selbst zu achten und da hatten wir ja auch schon in der Folge, wie wir mit Fehlern umgehen, da hast du glaube ich, drüber gesprochen. Es ist wirklich schon fast fahrlässig, irgendwie Eltern mit einem Säugling alleine zu lassen und in dieser Stressbelastung, wenn es noch ein High-Need-Baby ist und das ist ja halt auch, das Wichtigste ist, dass ihr irgendwie natürlich auf euer Kind achtet, aber ihr müsst wirklich sensibel dafür sein, wie es euch geht, wann ihr eine Pause braucht, wann ihr euch Hilfe sucht, wann ihr auch wirklich Hilfe einfordert. Ihr könnt auch wirklich, also mit Hilfe ist nicht natürlich Privilegien, blablabla, aber ihr könnt euch auch ans Jugendamt wenden und das Jugendamt wird euch das Kind nicht wegnehmen. Also ich finde, das ist nochmal super wichtig zu betonen, das Jugendamt ist nicht der Bösewicht in dieser ganzen Geschichte. Die helfen euch, die schicken euch Leute vorbei, die schicken jemanden vorbei, der zum Beispiel auch den Haushalt macht oder so. Ihr könnt euch an diese Stelle wenden, vielleicht kommt ihr in eine Therapiegruppe oder so. Also wirklich scheut euch nicht davor, Hilfe zu suchen, wenn ihr welche braucht. Ihr müsst das nicht alleine schaffen. Ja, es ist halt auch kaum, also kommt drauf an, wie man jetzt schaffen definieren möchte, aber wer schafft es denn wirklich so, dass es einem gut geht? Also es ist halt auch einfach nicht in dem Sinne zu schaffen, dass man das voll lässig irgendwie hinbekommt. Ich habe eine Angststörung entwickelt und ein Burnout und außerdem habe ich, ich glaube, ich habe ein Trauma. Also ich weiß nicht, ob das, also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, also ich will Triggerwarnung, ich möchte niemanden hier auf die Füße treten, aber ich habe das Gefühl, dass mich das traumatisiert hat, weil ich immer noch, wenn andere Babys schreien, kriege ich Schweißausbrüche, auch wenn unsere Kleine manchmal noch schreit, was eigentlich mittlerweile eher in Wutanfälle übergeht, es fällt mir total schwer, das nach einer gewissen Zeit zu ertragen. Also den ersten Wutanfall, ja, den zweiten auch noch, aber den 27. irgendwann werde ich richtig, richtig, es macht Marlies richtig fertig. Es macht mich richtig schlimm fertig. Es macht Marlies wirklich fertig, immer noch. es kann mal richtig beobachten, irgendwann ist so diese, diese Grenze bei dir erreicht, wo es dann einfach, wo dann jegliches Weinen dich einfach nur komplett rausbringt. Ja. Wenn zum Beispiel eine Nacht war, in der viel los war. Manchmal schreit sie nachts ganz viel und dann ist der nächste Tag erst komplett vorbei. Jedes Mal, wenn irgendwas ist, ich kann auch nicht mehr liebevoll sein. Ich bin direkt im Fight-of-Light-Mode. Ich bin, also deshalb glaube ich, das ist wichtig, dass natürlich lernen Menschen immer erst, wenn sie Fehler gemacht haben und bla 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 und wir leben nur in so einer Gesellschaft und ich weiß auch nicht, ob ich, wenn ich noch ein Schrei-Baby bekomme, ob ich dann Hilfe holen würde. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich zu dumm bin und zu stolz und mir denke, ja nee, nachher irgendwie denken die Leute so und so über mich. Aber das ist dumm, weil es hat mich alles gekostet. es geht, also es ist ja wohl, also stolz ist eh so eine Sache, ist absolut nicht gut, aber es geht ja darum, dass es, dass es eurem Kind gut geht. Es geht ja darum, dass es euch gut geht, dass ihr gesund bleibt, dass euer Kind gesund bleibt. Und was ist denn da der Preis dafür, einfach um Hilfe zu fragen, auch sich ans Jugendamt zu wenden? Das ist ein wirklich niedriger Preis für die Gesundheit der Familie. Gut, zum Abschluss von der Folge haben wir noch mal eine Frage, die ja eigentlich da ganz gut reinpasst. Mitgebracht? Wir haben ja schon wieder diese Sache mit die Sätzen. Ja. Ich lese sie mal vor. Hallo Marlies und Martin, eure Folge, wie ihr mit Fehlern umgeht, war für mich und meinen Mann sehr hilfreich und irgendwie tröstlich. Im Sinne davon zu hören, dass es bei euch auch so ist und das, obwohl ihr so unglaublich viel über das Thema bedürfnisorientierte Beziehung wisst und auch beherzigt. Das ist aber nicht der Grund, warum ich euch schreibe. Eigentlich schreibe ich euch, weil ich ein Thema ansprechen möchte und auch eure Meinung beziehungsweise vielleicht Erfahrungen oder auch nur Erfahrungen, die ihr gehört habt, dazu wissen möchte. Das Thema ist scheinbar ein Tabuthema beziehungsweise habe ich noch nie irgendwo davon gehört. Unsere Tochter ist jetzt zwei Jahre alt und ich liebe sie über alles. Irgendwie muss man das ja immer dazu schreiben. Vielleicht als Hintergrundinfo. Die Schwangerschaft verlief schon nicht ohne Komplikationen und auch die Geburt war beinahe traumatisch, mindestens aber sehr schwierig und endete mit einem Kaiserschnitt. Ich habe mich am Anfang der Schwangerschaft so gefühlt, als säße ich in der Falle, habe mich dann aber im Laufe der Schwangerschaft doch auf unsere Familie gefreut. Als sie dann da war, hatte ich nicht dieses überwältigende Bindungsgefühl. Unsere Bindung brauchte Zeit, was mich sehr beunruhigte. Inzwischen weiß ich aber, dass das normal ist. Marlies, du sagst es mal, dass du diese Aussätze hattest, dass es dir egal war, ob der Große an der Straße stehen bleibt oder nicht. Das Gefühl kenne ich gut. Nicht nur das, immer wieder in der Anfangszeit nach der Geburt und auch im letzten Jahr hatte ich so häufig so Gedankenblitze. Zum Beispiel, wenn wir an einen Teich vorübergefahren sind oder über eine Brücke oder Autobahn oder Straße oder manchmal bei der Badewanne oder ähnliches, wenn ich sie da reinwerfe oder sie da hineinfällt, dann ist es vorbei, dann ist alles wie früher, dann bin ich frei. Und ob ich das überhaupt könnte und was danach passieren würde. Natürlich habe ich nie ernsthaft mit dem Gedanken gespielt und habe und hatte gleichzeitig manchmal panische Angst, dass sie was passieren könnte oder ich sie verliere. Natürlich kenne ich das Thema Regretting Motherhood, würde aber nicht sagen, dass ich es bereue, Mutter geworden zu sein. Auch denke ich, dass das eine Wochenbettdepression war, die ich nie habe behandeln lassen. Inzwischen kommen solche Gedankenblitze nicht mehr, aber es belastet mich, dass es so gewesen ist und tut mir auch für sie so leid, dass sie keine Mama hat, die nicht so ist. Ich habe das noch nie jemandem erzählt und schäme mich auch dafür. Vielleicht habt ihr aber was zu dem Thema zu sagen. Das würde mir vielleicht sehr helfen. Ich bin einfach so dankbar für diese Nachricht, weil das tatsächlich einfach so ist. Ich glaube, das ist ein Tabuthema und wenn ihr solche Gedanken habt, ist das erstmal normal. Das zeugt von vielleicht einer Wochenbettrepression, traumatischen Erfahrungen, die irgendwie im Laufe kamen mit Schwangerschaft, Geburt. Aber es zeugt vor allem auch von Überforderung. Und an dem Punkt, wenn solche Gedanken kommen, das ist definitiv der Punkt, an dem man sich jemandem anvertrauen muss, sagen muss, hey, pass auf, ich habe hier solche Gedanken, ich brauche Hilfe. Ich habe das manchmal nicht mit Tod, sondern mit, wenn ich den Kindern jetzt einfach eine reinhauen würde, wäre die leise. Habe ich auch. Ich habe auch solche Gedankenblitze und mich schockiert das auch. Aber es ist so wichtig, dass das kein Tabu ist, dass man sagen kann, hey, ich bin überfordert, ich habe schon solche Gedanken, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Ich brauche jetzt wirklich Entlastung. Und das ist das Einzige, was hilft. Und deshalb ist es extrem wichtig, darüber zu sprechen. Und es ist auch wichtig anzuerkennen, dass das normal ist als Eltern. Wir sind halt so überlastet in vielen Fällen, dass halt irgendwelche Gedanken kommen, die halt nicht okay sind eigentlich. Und das ist normal. Dafür sollte man sich nicht schämen. Es sind eben Gedanken. Ihr könnt euren Geist auch nicht kontrollieren. Die Gedanken kommen. Ihr habt keinen Einfluss drauf. Ja, ich finde es auch wichtig. Also es ist halt ein krasses Warnsignal. Und wie du schon sagst, also ich glaube, gerade eine traumatische Geburt muss eigentlich aufgearbeitet werden. Aber finden wir einen Therapieplatz? Das ist eigentlich nicht möglich. Ja, gerade mit einem High-Need-Baby noch einen Therapieplatz suchen. Ja, ich weiß nicht, ob ich ein High-Need-Baby hatte, aber es ist im Prinzip egal. Also generell mit einem Säugling. Und ja, also ich glaube, wenn ich jetzt Leuten, die jetzt noch kein Kind haben und in der Kinderplanung sind, also was ich denen sagen würde, ist einfach, guckt, dass ihr eine gute Beziehung zu euren eigenen Eltern habt oder zu den Eltern von eurem Partner, eurer Partnerin. Zieht da in die Nähe. Holt euch Unterstützung. Klärt das ab. Ich würde kein Kind mehr bekommen ohne die Unterstützung meiner Eltern. Ich würde das alles nicht mehr so machen. Es müssen auch nicht zwangsläufig die Eltern sein, aber was man wirklich braucht, ist ein Netzwerk aus UnterstützerInnen, Hilfe. Ja, aber also Freundinnen zum Beispiel, oder Freunde, die selber keine Kinder haben, das kann helfen, kann aber auch sein, dass es komplett nach hinten losgeht, weil die einfach überhaupt keine Ahnung haben, wie die Lebensrealität ist. Und weil sie auch selber keine Erfahrung mit Babys haben. Also eine Freundin von uns hat auch erzählt, dass sie super gerne und super viel uns unterstützen würde oder wollte am Anfang, aber dass sie selber so Berührungsängste hatte, dass sie zu sehr an sich selbst gezweifelt hat und sie musste da dann genauso reinwachsen. Und das ist halt so, das ist das Ding. Verständlich. Wenn ihr Freunde habt, die schon Kinder haben, die vielleicht auch schon älter sind, die euch wirklich unterstützen können, die euch wirklich helfen können, dann ist es was Gutes. Es müssen aber auch gute Freunde sein, die eben nicht urteilen, weil es gibt sehr wohl auch so Freunde, und ich mache jetzt Anführungszeichen, die halt dann bei sowas sagen würden, ja, aber jetzt stellst du dich aber auch an. Da musst du halt auch gucken, wie dein Umfeld generell so ist. Und ob das halt wirklich Freunde sind oder eigentlich auch nur Leute, die sich mit euch vergleichen und halt irgendwie jetzt was Besseres dastehen wollen. Deshalb sagst du auch Eltern, weil im besten Fall sind die Eltern halt nicht judgy, haben Erfahrung mit Kindern, weil die haben euch ja irgendwie großgezogen, und wissen, wie man unterstützen kann. Und aber auch für alle Leute, die das hören, die gerne unterstützen würden und nicht wissen, wie es ist ein, oder was man wirklich braucht als Eltern an Unterstützung ist, dass Leute zu einem hinkommen und sagen, hey, ich helfe euch jetzt mal. Weil es ist auch ganz schön viel Mental Load und es ist auch sehr anstrengend und das schafft man halt ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr zu organisieren. Hey, ich brauche jetzt Hilfe, du kommst an dem Tag, du kommst an dem Tag, du machst jetzt das. Das schafft man gar nicht. So, das ist halt total schwierig und dann kann noch mal die Situation eintreten, dass man dann Hilfe organisiert, die Hilfe dann halt absagt, oh ja, ich habe jetzt doch einen Termin und dann stehst du halt da. Das hat für uns, also wir haben deutlich gemerkt, dass es ein großer Unterschied ist, ob jetzt Leute zu einem hinkommen und sagen, hey, dann habe ich Zeit, ich helfe euch und dann zuverlässig da sind und auch helfen. Eine Freundin von uns hat zum Beispiel immer, wenn ihr Hund einen Termin beim Hundearzt, beim Tierarzt hatte, wir hatten denselben Tierarzt, hat sie bei uns, sie kam einfach nur vorbei, hat bei uns auf den Kühlschrank geguckt, weil sie wusste, bei uns am Kühlschrank hängen immer die Arztbriefe und wenn da was mit einem Impftermin hängen, meinte sie, ich bin dann und dann beim Tierarzt, soll ich euren Hund mitnehmen? Ja. So was, das ist halt eine richtig klasse Hilfe einfach. Das ist die Art von Hilfe, die man wirklich braucht als Eltern. Ja. Und wenn ihr fürs Wochenende Wochenbettgeschenke sucht, Essensgutscheine, was vorkochen, dann, ja, halt nicht so viel fürs Kind, weil die Kinder bekommen meistens genug, weil eher was für die Mutter, wenn eure, wenn eure beste Freundin euch erzählt, dass sie nur am Heulen ist, dass sie sich einsam fühlt und dass sie, wie die Frau, also wie die jetzt auch beschrieben hat, sucht ihr einen Therapieplatz. Ja, das wäre eine großartige Hilfe. Also, ihr müsst ja nicht, sie schafft das nicht, helft ihr dabei, sucht ihr fünf Leute raus, und sagt, hey, wir machen das zusammen, ich rufe für dich da an. Das ist, das ist ja kein Ding. Das ist eine riesen, eine riesen Unterstützung dann an der Stelle. Ja, genau, aber an sich ist es einfach in Anführungszeichen normal. Das müsste nicht normal sein, wenn unsere Gesellschaft nicht so individualistisch wäre, aber es ist halt dadurch, dass jeder nur auf sich guckt, leider normal. Es ist halt, also man muss das auch ganz deutlich sagen, es ist keine Charakterschwäche, diese Gedanken. Es ist nicht, weil ihr schlechte Menschen seid, sondern es ist einfach wirklich die reine Überlastung. Ja. Fertig. Oder halt eben Traumata, die gekommen sind. Aber derzeit. Ich weiß nicht, ob eine Geburt, also eine Geburt wird ja für Babys als traumatisches Lebensereignis eingestuft, aber für Mütter nicht. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, es gibt keine Geburt, die nicht traumatisch ist, zumindest nicht, wenn es die erste ist, weil das ist so ein krasses Ereignis. Selbst wenn es ein positives Trauma ist, wird es den Menschen von Grund auf verändern. Ja gut, da kenne ich mich jetzt nicht mit aus, wie Trauma definiert werden, aber Naja, aber wenn halt die Einschulung als traumatisches Ereignis im Leben gilt. Echt? Ja. Okay, spannend. Vielleicht wieder was gelernt. Na gut, ich denke, wir haben das Thema soweit ganz gut abgeschlossen, oder? Genau, dann hoffen wir, dass euch die Folge ein bisschen weitergeholfen hat, dass ihr euch vielleicht ein bisschen besser fühlt dadurch. Dass ihr euch Unterstützung oder nicht zu stolz seid, euch Hilfe zu suchen, wenn ihr welche braucht. Ich glaube, ich wäre immer noch zu stolz. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde meine Mama schon fragen, aber sie kann ja nicht hierher ziehen. Also wenn wir jetzt nochmal ein Kind bekommen würden. Ich würde mir wahrscheinlich denken, jetzt habe ich schon zwei bekommen, beim dritten ist es anders. Vielleicht. Stolz. Ist unser größter Feind. Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Feind, das Film. Na gut. Dann gebt uns fünf Sterne, teilt die Folge in eurer Story und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. 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 Vielen Dank.